Heute möchte ich euch ein bereits bekanntes Produkt ein bisschen näher vorstellen. Unsere DTC 1200 4G LTE vollsendefähige Wildkamera, die euch 24 Stunden am Tag mit Bildern aus eurem Revier versorgt. Die DTC 1200 kommt mit einer integrierten SIM-Karte und SD-Karte direkt zu euch nach Hause und bietet euch mit einer Auflösung von bis zu 20 Megapixeln und leistungsstarken LEDs mit einer Blitzreichweite von bis zu 20 Metern, alles um sowohl am Tage als auch in der Nacht hervorragende Fotos zu machen. Der besondere Vorteil der DTC 1200 liegt darin, dass die integrierte SIM-Karte in Verbindung mit der Kamera immer dafür sorgt, dass ihr am besten Netz seid. Die Kamera erkennt Netzschwankungen und kann darauf reagieren, indem sie automatisch in das nächst bessere Netz wechselt und das Netzanbieter unabhängig. Somit ist immer gewährleistet, dass ihr schnell wisst, was in eurem Revier los ist. So einfach wie der automatische Netzwechsel ist auch unser Tarif. Ihr erhaltet unbegrenzt Bilder für nur 5,99 Euro im Monat. Den Tarif könnt ihr monatlich pausieren. Es ist kein 24-Monats-Abo, also volle Kostenkontrolle auf eurer Seite. Und einfach gestaltet sich auch die Installation und die Einrichtung eurer Kamera. Denn alles, was ihr dazu benötigt, ist die Minox App. Die ist kostenlos im App Store verfügbar, sowohl bei Android als auch für iOS-Geräte. Wenn ihr die installiert habt, könnt ihr den in der Kamera befindlichen Code einscannen und der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Und schon kann es losgehen. Sämtliche Einstellungen werden bequem über die App eingestellt. Und alle eure Bilder landen in einer schönen Galerieübersicht, auch wenn ihr wollt und mehrere Kameras besitzt, sortiert nach Kamera. Jeder Wildkamera-Besitzer möchte immer wissen, wo sich seine Kamera befindet und ob sie noch da ist. Hier bietet euch die Minox App einen ganz besonderen Vorteil. Sie zeigt euch den Standort eurer Kamera in der App an. Das kann die App deswegen, weil in der DTC 1200 ein GPS-Modul verbaut ist, das den Standort an die App meldet. Du möchtest deine Fotos und Erlebnisse mit deinen Freunden oder in deiner Community teilen. Das ist ganz einfach über die App oder über Messenger-Dienste möglich. Nicht nur die App ist einfach zu bedienen, auch die Einrichtung der Kamera vor Ort an ihrem Aufstellungsplatz ist simpel. Ihr könnt die Kamera öffnen und natürlich einfach und schnell mit frischen Batterien versorgen. Einschalten und bei der Einrichtung hilft euch das vorne angebrachte Display, das euch zeigt, was ihr später fotografieren werdet. Wir danken für euer Interesse und hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiter informieren. Wenn ihr darüber hinaus noch Informationen sucht, findet ihr die unter www.minox.com oder bei dem Fachhändler eures Vertrauens. Wir sagen danke und hoffen, euch in diesem Jahr bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Vielleicht schon im Mai auf der Jagd und Hund. Dann können wir hier auf die Kommissar rausgehen. Wir sehen uns dann gleich wieder auf der Jagd und hoffen. Ich bin der Tag.